Sollo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal wieder SHP-Leute, und mit dabei ist Niklas308 Hallo Der aufhören wir irgendwie an, das heißt, ich hab's mal vergessen Und ja, wir sind gerade Genau Und wir sind gerade auf dem ähm, ja, äh, live-to-dream äh, Server und machen wir das Tutorial, oder, das ist eine Art Tutorial, Einführungsgedünsselt Ja, ne Also ich bin schon am Spawn, bin jetzt am 80er Penner und meine Maus ist nicht inventiert Nicht? Ist das schlecht oder gut? So Das finde ich schlecht und ich glaube, ich sollte auch mal das Radio komplett ausmachen So, was jetzt auch gesagt, weil ich hab' ja, ähm, noch eine Woche glättern laufen, das wird, ähm, wiederkommen Allerdings jetzt die genaue Zukunft, da ich zurzeit keinen Bock auf das Spiel habe und Ähm, ja Deswegen mach' ich's eben nicht, ne Äh, und es kam auch nicht so gut an, als ich glaube, ich hatte echt die schlechtesten Aufrufe auf dem Let's Play Ich hatte echt irgendwie Die, das hab' ich 15 Parts und davon waren irgendwie 5-0 Aufrufe, also Hm, lohnt sich nicht Oh, okay, also ich glaube, ich kann mir jetzt hier in Fahrrad nehmen Nein, kann ich nicht Ah, du bist schon fertig, aber mach doch mal kurz auf mich Serverinformationen, Slash-Info Brauchst du nicht Oh, es gibt Telefonzellen Oh, es gibt Telefonzellen Ich warte mal auf dich hier kurz Ha, statt es Burger 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 Ja Ich frage mich, wo ich hier bin, hier ist Zug, hier ist Bahnhof Ja, das Wasser, Wasserautoscooter, Alter, wie geil ist das denn bitte? Oh, sieht, wird sich gut ausprobiert, oder? Bei L-Y-D-Freizeit Ja, wir gewöhnen, ganz herzlich aus einem neuen Spieler, der Sherry Gaming Hey Ja, hey Jetzt für uns noch eine kleine Einführung der Funktionen, wenn wir da weiter Oh, ja, okay Ja Mhm Spawn Hallo Gut, als soll ich der für ein, aber keine anderen Spieler töten, äh Aua Du darfst nicht Dong Aua, Aua, nein, ein Koffer So, so weiter, warte, was ist das jetzt hier? Man weiß ich nicht Warum ist jetzt, ist der Zug bei dir auch schwarz? Ja, der Zug ist bei mir auch schwarz So, äh Ja, okay, einfach raus R-L-D-Wiziko für die Wissen Jetzt geht es am P. aus, Niklas? Na ja, so einigermaßen Also die Map, die kenne ich schon, äh, von einem anderen Server, wo ich Also ein bisschen kenne ich die Map, neuer Ja Ich hab vor 100 Stunden Spielzeit als durch kann Ja, ich nicht, ich hab vielleicht 30 Ich hab das Grundspiel dreimal durchgespielt So, jetzt Startbonus Slash Startbonus Startbonus Ähm, ich nehme das zu als Geschenk Okay, ich auch Zwei Respekt. und die und 18.000 Vier Respekt und die und 1.000 Ha, ha, ha Ja, komm ich auf einen Respektpunkt mehr Das wird wahrscheinlich eine Stunde Spielzeuge zu sein Naja, egal Na ja, ich wär das so wahrscheinlich sowieso länger heute Nacht spielen als du Ähm, da, äh, zu Checkpoint Ja, das würd ich auch empfehlen Gott Was ist der Verleihe? Was ist der Verleihe? Slash bis Level 1 Level 1 bis 3 können Mieten Also ich nehm Was ist genommen? Äh, das erste Ich hab das belegst Ja, ich hab aber kaum Geld, ich hab aber nichts bekommen Hey, da hat mich einer mit seinem Koffer Wo fährst du hin? Äh, ja zum zweiten Checkpoint Ne, wie war das? Wie kann man schneller fahren? Weh ganz schnell gedrücken Kostov Diesel Das ist Relife Hehehe Ein Fahrrad, das mit Diesel läuft Haha Ja, das ist das Das ist nicht das E-Bike Falls ich da da falle Hehehe Hehehe Ich sitze auf meinem Fahrrad, man Mit Helpsys alle Befehle Das glaub ich dir nicht Das glaub ich dir nicht Bist du doch hinter mir, oder nicht? Ja, klar Irgendwie man einfach sich selber hier abmüht, wie sonst da sei Der Koffer einfach still bleibt Ja, der Koffer, der ist aufgehängt mit Hehehe Erst war Ramen Chum, chum, mal a fucker chum Alter, sieht geil aus hier, oder? Schön gemappt, muss man sagen, schön gemappt Ja, sieht ganz gut aus Naja, ist halt, äh, Dings-Grafik Ja, äh, ich meine von dem Ach, schön, ich bin Wie das gestaltet ist hier Und immer Tanks sind Der neue Spieler, Bengel NoDM-Zone, das glaub ich dir nicht Ja, hier hat einer geschossen Ja, hier hat einer geschossen So, äh, ja Herzlich willkommen mit der Unterstattung Ja, ich mag dich auch Geh zum Informationsprogramm Wie da geht, passen aus, weil ich such dir Jobs aus Ja, und wie? Slash, äh, Perso Slash Wie kann ich hereingehen mit Entero? NoDM-Zone Das glaub ich dir nicht Auf jeden Fall So, ähm Slash, Slash 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 Das war wohl seine Störung Manche nennt sie auch Mutter Jeder nennt sie anders Chirly hat das ist seine Vorlieben Steige Es war Hallo Slash Slash Ente Ja, herzlich willkommen hier, ja Ja Huuu Ähm Da läuft er Verdammt, wie komm ich jetzt hier rein? Slash Schirp Normale Serverbefehle Er hat mir Befehle, Faktorsbefehle, Schub, Befehle, Blum, 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 Blum Was wer denn macht? Oh, scheiße, ich hatte mich gebutt Pseller Scherli, wirst du Harzer oder magst du oder nimmst du den Job? Ich nimm Job Boah, wir wirst mir Tore Was gibt das? Ja Ich glaub, was magst du? Nein, das ist die Pilot Bauer, Busfahrer 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 ist, glaub ich, gut Das sind nicht spielabhängig Nimm Busfahrer Machen wir Busfahrer Ohne Busfahrer Warte jetzt, lass mich jetzt gucken, lass mal kurz gucken Frau ist zum Autoschein, Jobfahrzeuge gar nicht, keine Payday-Gehalt Alter, ganz im Ernst, der Server, das ist jetzt so, das gefällt mir allerdings nicht so Dass der Server eigentliche Server ist, auf dem man schnell viel Geld bekommt Also, wie man jetzt sieht, pro Payday 10.000 anscheinend Ja, das ist viel Machen wir den Job? Ne, das ist, das ist, ja, machen wir Also, das ist wirklich viel Du bist so Busfahrer Typ ist der Scherz für Befehle Jobbefehle Dann ist der Platz, dass ein OurA Und dann zeigte der Weibo, ja Ja, wir müssen jetzt mal zur Fahrschule Warte Warte Warte, das ist schon fertig machen Hallo, hallo ja ich weiß was der Schluck das ist noch gut so mehr als ob es so so hier auf der Straße ob es auch so nicht und ich glaube ruhig alles bleibt Lecki die Vita scheiße eröffnet die Düsseldorfer unter warte mal gut die Brüder ist genauso beklagt wie er anders noch wo bist du da ist überall so ich bin Prozent geradeaus gefahren also wenn du auf die Straße rausfährst dann ist rechtsversetzt bis in der Straße wo du so halb auch eine ausfährst da war der Bus reingefahren ist und es sei gerade auch dass ich bin jetzt geradeaus gefahren kommt zurück zur Stadt Halle das ist doch schon wieder er weil ich mir beiden beiden Welt heute angezeigt von Dings er hat aber die 70 sein wird behindert um das ist auf jeden Fall ist es ja ihr war mir doch jeden wo bis daheim ich bin gewahrt fast wieder da ich bin wieder Stadt Halle gleich das bin ich war auch auch um es sind das sieht verdammt nach dem aus wusste ich doch mit der Scheldung zu scheitern ist sicher zu bezüglich um hier so der Falle machen sie vor uns mit der Schliste Fasch ist es alle Fahre und Verlernes Fasch ist eine Mann Tomasche er hat automatische Fasch ist der Startupfunk Slash-Fahrt Prüfung war bei mir vor der hier wo ist der Hüse wieder schon 6 ich habe ihn auf dem Parkplatz bitte auf jeden Tag wo ich bin in den weißen Auto jetzt habe ich nicht jetzt im Ernst wie geht es jetzt alle gewaltete Park und Parkplatz da ist ein da ist ein i bei dieser Kei die Welt hat doch das nie genau und da und da steht was zu machen muss Steller was als Steller wollte mich jetzt nur was um Slash Farb Prüfung Farb Prüfung die in der Ort 80 km Autoschein der Karte von ihr ist doch eh nicht oder Slash doch gut vor so leicht ist nicht so alt was im Modell schon 1 von 28 ich muss darüber neulich also ich habe doch was hast du sie so langsam aktualisieren oder er hat immer alle nur als die Kunde sogar 80 verlaufen dass ich sie da fest so weit schon 80 merkt es die erste Brustus aufpassen Prozent ja das ist doch weiter so schlecht er auf Kosten war die wenige Sörber das versteht wenn sie das nicht so oft aktualisiert ich war lieber bis hier langsamer